Kommen Sie mit dem Missionswerk Karlsruhe ins Heilige Land. Die zehntägige Rundreise führt uns auf die Spuren Jesu. Erleben Sie die Orte der Bibel durch die jahrelange Erfahrung von Daniel und Isolde Müller mit einer neuen Perspektive. Ansprechende Hotels, erfahrene Reiseleiter, ein ausgewogenes Programm und die geistlichen Impulse machen diese Reise zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Alle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf missionswerk.de.